Ein Haufen Schlacke Ich bin sicher, dass du es bist, aber es ist einfach nicht mit dem offiziellen Rekord, also es ist schwer zu substantiieren Substantiieren? Du hast einen E-Witness E-Witnesses sind notoriously inakkurat, die menschliche Erinnerung ist plastisch und zugestellbar Nicht deiner, wahrscheinlich Nein, natürlich nicht, ich spreche mit Fakten Okay, hier sind die ganzen Erfahrungen von der Abenteuer von Gamebosch ausgestellt Eyesch war einfach Das ist ein Kölner Ah Aha Das ist die Nachricht, die Lechuk hinterlassen hat, als er allein entführt hat. Oh, yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate, Lechuk, when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my three trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man. You're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuffed from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Ah, yeah. See, it's my favorite system, but it's been always move. Oh, huh. The clock tower, stolen during a pirate reign nearly 75 years ago. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the backroom. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. Ah, yeah. Yeah, go. It's locked. There's tiny writing. New serial numberless lock. Verdammt. Sovite, können wir jetzt ablenken? Sovite, können wir jetzt ablenken? There's some very tiny writing on it. Aha. Sekunde. The numbers are a little clearer, but it's still too tiny to read. Verdammt. The display case is locked. No. There's some very tiny writing on it. What is the list? The numbers are a little clearer, but it's still too tiny to read. Eyepatch worn by Captain John Laney, the Pirate of a Thousand Faces. Okay, hier kommen wir also auch nicht weiter. What you're working on? Crossword puzzle. Is this a left hook or a right hook? That one's belonged to the dread pirate meat hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on melee. Fantastisch. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. To the left hook or a right hook, we can see each other. Tja, we can see everything. Tja, we can find anything else... Wait, what? Ach, das waren Rehe. Ich kann mir hier noch das Schloss untersuchen. Nicht? Sehr schade. Es ist nichts nutzbaun. Aha, hier haben wir nichts neues. Wir müssen etwas finden, damit wir die Sache öffnen können. Eine Zahnpaste draus zu holen. So, zum... Zum Loch ist mir fertig. Hi. Äh, hier. Könntest du mir eine Schloss von diesem Serialnummer machen? Klar, eine gute Wahl auf dem Loch. Diese sind wirklich stürz. Es ist der gleiche Art, die sie in der Jail benutzen. Oh, wow, was eine Überzeugung. Ich hatte keine Ahnung. Oh, ja. Ah, ja. Ja, nicht verdächtig. Hier ist noch ein anderer Papageil. Dann können wir die austauschen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Sie werden immer wieder essen und ich muss... Nein, danke. Ich bin jetzt überrascht. Eskippen sieht schlecht aus. Ich bleibe auf dieser Seite des Bars. Nur in der Fall. Das ist ein Mop. Wir können uns einen Mop besuchen. Du kannst es mal versuchen. Hm. So, we're fine now. Was that you were trying to tell me about mops before? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dishrag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion. Your tool. And a ready means of defense against spills of all kinds. Uh, build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Any questions? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is. Because this is your own personal journey. Ah, I don't know. Remind me how to find the mop handle tree. I can't tell you exactly where it is. Because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Ah, yeah. Definitely does not. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course. But pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Na, tolle. Okay. Guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Na, sehr toll. Vielleicht können wir daraus irgendwie einen Mop-Kopf machen. Einen Mop herstellen. Mops, die Mops die Baum finden. Es geht nicht ohne Karten. Also, mal zurück zu den Karten machen. They're having a half-off sale. So, hey, man. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So, the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know, a wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Ah, yeah. Tell me again, what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Okay, was denn später das Mops vom... Hey, Wally, what's in these Boxes? Maps. So, come on, so on. It's hopeless. So, stay away from my mop. Oh, vielleicht. Stay away from my mop. You look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy. But he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. Oh, yeah. Was sagt er, dass er das Gericht vergessen hat, dass du machen sollst? Wenn ich dir ein Rezept bringen kannst, kannst du es dann zubereiten. Wenn ich dir einen direkt glüpfigen Affen kann, kann ich dich noch einmal nach dem Mob fragen, den ich machen muss. Ich will sehen, was ich herausfinden kann. Oh, wo hat er gesagt, dass er das Gericht hat, den er dich zu machen wollte? In der Gouverneur-Mansion. Es ist wahrscheinlich ein exotisches, witziges, was aus einem schweigenden Kühlschrank. Wenn ich dir eine Rezeption bringe, kannst du es machen? Natürlich, ich bin eine Rezeption. Siehst du die Hütte? Oh, schau dir nach dir, ein Drehen-Haus-Mansion. Ich weiß eine große Rezeption für Monkey-Haus-Mansion, aber ich kann nicht über das jetzt nicht denken. Kann ich dir wieder fragen, was ich muss machen? Natürlich. Nichts, wie geht es? Okay. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. All right. Oh, look behind you, a three-headed monkey. I do know a great stew recipe for monkeyheads. But I can't think about that right now. I'll see what I can find out. Thanks. Okay... Geh weg von meiner Mutter! Auf zur gewandten Runde Gucken wir mal da nach den Rezepten Versuchen wir das zu klauen Oh, eine Quizkarte So, das mal nachgucken Skund von Skowboot Müssen alle Schiffe nötig von Skowye Island Folgendes mit sich führen Bananen, Weintrauben, Zitronen, Limetten Oha Er hat oft Bananen getippt Wahrscheinlich Zitronen und Limetten Tja Hätte ich nicht aufgepasst Es ist viel Arbeit, die Gouverneur Tja Wo ist das Rezeptbuch? Hier Zutaten War das das Rezeptbuch? Welches Buch eigentlich ist? Welches Buch war das nochmal? Nein, geht nicht. Es ist ein Sieb Es ist ein Sieb Es ist ein Sieb Es hat vier Sterne Aber es sieht aus, dass sie für Schwierigkeiten sind Kann ich ein Buch kaufen? Du hast nie das letzte Buch zurückgebracht Du hast nie sogar entschuldigt Ich bin sorry Ja Ich höre die Worte, aber irgendwie nicht helfen Ich brauche mehr als das Ich brauche mehr als das Tja Was können wir denn da machen? Was können wir denn da machen? Wirst du einfach klauen? Ich bin für eine Rezeption Ich bin für eine Rezeption A Dich you served it a recent Funktion Es hat sich als Es hat eine Ingedienung in es Ring any bells? Barbie LeFle catered that event Ich habe ihre Cookbook Aber ich weiß nicht any of the Rezeptes Do you know where I can find Barbie LeFle? Middle of the Atlantic Ocean She's halfway back to France by now Mhm Was ist das Rezept? Erinnerst mich, was du gesagt hast über die Rezeption, die ich gefragt habe? Ich sagte, ich habe nicht das Essen gemacht Aber ich habe das Cookbook Können wir das Cookbook haben? Ich sollte dich zurück zu governen Ja, du sollst Genau das Buch Kann ich ein Buch kaufen? Natürlich nicht Du hast noch nie das letzte Buch Du hast noch nie Entschuldigt Ja Ich höre die Worte, aber dass sie irgendwie nicht helfen Ich brauche mehr als das Es ist ein Cookbook Es hat vier Sterne Aber es sieht aus, dass sie für Schwierigkeiten sind Es sieht aus, dass sie für Schwierigkeiten sind Ja Wir haben den Schlüssel zu den Zellen Den einen haben wir schon rausgeholt Wo ist er eigentlich hin? Das ist eine gute Frage Wir kommen mal jetzt nochmal Hier Jetzt kommen wir jetzt hier weiter Hey Wally Hey Wally Delle mich wieder einmal, was du musst, um mir eine Dachbottel zu machen Ein Dachbottel zu machen Lege mir eine Dachbottel zu machen Schaue mir wieder was du brauchst, um mir eine Dachbottel zu machen Für mich nur eine Dachbottel zu machen Bis zum Glück Bis zum Glück Bis zum Glück Okay, machen wir das Kochen-Rezept für den Koch und dann brauchen wir einen Splitter von dem Ding. Klar, Splitter rum, aber das ist nicht der richtige. Oha, was haben wir denn hier? Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the Governor's Mass in the last week. I, I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not- It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Uh, right away, sir. Waiter! I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the Governor served me last week. Uh, yeah. Waiter, sir. Sorry for the delay. Fancy. Okay, wie kriegen wir das raus? Was ist das Rezeptus? Uh, nicht schau mal, aber ich denke, dass es ein Leech auf deiner Beine ist. Was? Ah. Nice hatpin. It's the emblem of a secret society I belong to. W- really? Don't be ridiculous. Tch, ja. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Wie können wir ihn, wir müssen ihn irgendwie ablenken? Dass wir den Mob... ...klauen können, oder davon irgendwie einen Splitter wegnehmen können. Stay away from my mom! Hmm. Kann man hier irgendwas machen? Holzmöhe schnitzen? The plaque says, in memory of looming seagulls of old. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Ah, ja. Oh, schau nach dir! Ein 3-Header-Monkey! Ich weiß auch, eine große Steu-Rezee für Monkey-Header. Aber ich kann nicht darüber nachdenken. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Danke. Verdammt. Ich werde doch jetzt nicht die komplette Lösung nehmen. Bleib weg von meiner Mutter! Oh, der Name scheint es noch besser fit zu sein als es war. Und hier? Hey! Threepwood! Ich sollte sogar noch sprechen zu dir! Ich bin nicht Guybrush Threepwood. Ich bin einfach wie ihn. Ich würde einfach wie ihn aussehen. Oh, ja. Hey! What is it? Can I be on your ship if I change my name? Only if you also change your face. Sorry. Hey! What is it? Come on, let me have the swabby job! If you were anybody else and you had a mop, I'd hire you. But you're you. So, I'm sorry. I can't. Hey! What is it? Are you sure, I can't convince you that I'm not Guybrush Threepwood? Just looking like Guybrush Threepwood is enough that I can't give you the job. Sorry. Hey, watch it! Hey, watch it! Uh, don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz... Ah. What's that you're drinking? Large. Get. Lost. Tsss... Yarrr. Yarrr. We come on this concept. The problem with this statue is it doesn't look finished. Not looking like you... We came back to the statue. Mm-hmm. Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of a thousand faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the museum of pirate law here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close. No matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers. Only questions that are finished. Yeah. Tell me again about Laney and the eye patch. Captain John Laney was renowned as the pirate of a thousand faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the museum of pirate law here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. 1